Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück beim TechEd Let's Play mit dem FIPS heute nur. Äh, joa, kein anderer, mal ganz klassisch. Und wir haben, ihr seht schon in dieser Kiste, nur zur Erklärung, was wir jetzt in den, äh, was wir jetzt zwischen der Zeit gemacht haben, wo wir nicht auf dem Server waren. Die Neta-Lava-Pump ist leer gelaufen und ich hab die Quarry einmal nochmal umgesetzt. Ich kann das erstmal, bevor wir auf die Rohstoffe eingehen, äh, das ist richtig fett, das ist richtig, richtig fett, Junge. Äh, wo wir letzte Folge aufgehört haben, hatten wir noch Probleme mit Eisen und jetzt haben wir so viel, das ist einfach nur geil. Ja, und hier haben wir halt zwei riesen Quarry-Löcher, die bis runter zum Bedrock gehen, wo wir dann auch in zur Insel erweitern können und so weiter und so fort. Ähm, und dann muss ich jetzt erstmal, ähm, ich muss, Creeper, du gehst hier nicht hoch. Boah, scheiß Gelächter, Mann. Joa, äh, und dann haben wir ein paar Rohstoffe, ne, haben wir ein paar Rohstoffe, joa, joa, ne. Joa, so, und die zeig ich grad mal. Das haben wir. Wir haben ja auch den Messfabricator angeschmissen, aber erstmal, so. Rohstoffe. Mehr als genug. So, dann haben wir hier im System auch noch 1KiU-Meter. Und, äh, ja, 32KiU-Dirt, 200.000 Copperstone, 2000 Kohle, joa, die ist das, was man so braucht, ne. Und, äh, weil wir jetzt so viele Rohstoffe haben, bin ich jetzt erstmal grad dabei, ähm, für FIPS hier ein bisschen was zu bauen. Und zwar sollen hier für, ähm, für Dingens, für Gold und so sollen hier schonmal Rotary Mesorrators sind. Das heißt, wir brauchen jetzt 3 Rotary Mesorriers. aber vorerst müssen wir erst noch mal in den neta nehmen wir ein bisschen kuppers doch noch mit wir haben ja genug müh also ich muss das dann hier noch leer räumen ich wollte es noch mal gezeigt haben und joa was machst du gerade? ich schuf mir gerade meine rohstoffe zusammen da ihr mir meine solapien leer geklaut habt muss ich mir ja mal gemacht geklaut ja das war eine notstromversorgung du hast dich nur für die maske geopfert ja ja ich hab keinen strom mehr für mein bedpack so jetzt muss man gucken wie ich den neta umsetzen kann ist ja überall gas und was weiß ich muss mal schauen letzten strom noch für mein bedpack bist du gerade bei mir unten? ja geh da zum rind der hat auch eins sonst habe ich nicht gefunden das steht da, komm mal mit jetzt zu spät komm mal mit da nehm ich penis ist echt so oh gas ich hasse euch, gas ich hasse euch, gas ich hasse euch, leckt mich am arsch ich will euch nicht wo sind die denn? oh sieht man gar nicht ähm lol so hier fehlt eine redstone engine ach die ist da, ok so redstone engine dann die ganzen pipes hier oben uah wir brauchen echt neun lovers hier, man da rächt man immer nicht mit, weil das so riesen dinger sind und dann passiert sowas ähm was denn? NEIN ich hatte eigentlich Themen warst du tot? ne ne ich hab nur ich hab nur eine redstone engine fallen lassen fallen lassen nennt man das also heutzutage hm ja ich hab auch die Fisse na ist egal ne ist egal denk einfach nicht weiter dran ok ist besser so glaub mir ok oh wie ich diese lohn hasse man seriously na komm doch her bun bitch komm her nehm nicht leck mich so ähm redstone kann ich die noch nie erst schlagen? ja komm schon schieß wow 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 aua oh I'm dying oder auch nicht meine Rüstung ist zu geil ich vergaß ich hab ja so ne geile Rüstung da kann ich ja gar nicht sterben das ist ja nämlich du hast eben nicht getötet heute mal ich bin neuer was machst du denn? wie ein neues Solarpanel so immer noch oh bist du da wieder? jaaaa ich brauche ein medium voltage Ich hab viel Lava hin, da hinten. Weißt du, wo du jetzt ein Medium-Voltage-Zolapenil machen? Hast du einen Arsch offen? Ja, ich mein Low Voltage. Ja, Low Voltage, ich wollte es gerade sagen, Alter. Nicht mit meinen Rohstoffen. Natürlich. Damit hab ich noch was vor. Das kostet doch nicht viel. Nein! Das kostet 8 Low Voltage-Zolapenil. Und die sind so... Däh. Ach, krieg dich ab. Krieg mal keinen Herzinfarkt hier. Ist so. Ja, ja. Was brauch ich denn noch? Ich da hoch. Generator. I'm... So, pass mal auf hier. Wenn die dann fertig sind... Na gut, dann können wir ja eigentlich... Joa, können wir eigentlich hier hingehen. Das passt schon. So. Äh, hast du dir einen Timer gestellt? Äh, ich seh jetzt doch einen Open Broadcaster. Ach ja, stimmt. Äh, wie lange haben wir denn noch so circa? Wäre mal ne Frage. Äh, wir haben jetzt 6 Minuten. Dann sprich ich noch ein Thema an. Was hältst du denn von... Näm, 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 näm. Ja geil. Ja, ja geil. Was hältst du von dem näm, 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 näm? Ich hälte von Eminem gar nicht mehr so viel. Von Snowdon, genau. Das wollte ich sagen. Von Snowdon. Wer ist denn Snowdon? gekriegt alter der mich auf der meistgesuchte us verräter sage ich jetzt mal ja da gab es viele aber ist echt so er hat er hat das geheimnis an die ganzen länder verraten dass die usa deutschland und andere länder abhört der telefonat gespräche und so ich wollte ja aber dort was bester junger okay das wollte ich dich eigentlich als nächstes fragen aber dafür wird jetzt halt von der von den usa wegen landesfeirat gesucht wenn man das so landesfall sollte bei uns einbürgern ja genau das will deutschland nicht so nicht weil wir den stress mit den usa kriegen wieso weil er ein gesuchter nein weil er ein gesuchter us-verräter ist ja und wir haben es aber selber schuld man wenn sie so eine scheiße bauen das war meine nächste frage was hältst du davon zwischen ihr sonne ja bester man auf jeden fall ich den auch mal auf der straße sehe fette pro her klar umarmst du den genau fette props gibt es da alter die echte ich finde es geil was da gemacht wird ich finde es geil es gibt auch länder die so wie du sind wie du sind was was aber ich weiß nicht was ich da los und zwar gibt es bis jetzt nur zwei länder die den unter wie soll ich das nennen so habe ich ja dinge verloren irgendwie wie fehlt mir hier was unter schutz nehmen sag ich jetzt mal und naja keiner will halt was mit einem verräter sozusagen zu tun haben ja so ein schwachsinn es ist immer so eigentlich eigentlich wollen sie das alle was ist alle total geil finden aber keiner traut sich wieder was zu sagen hast du wenn ich so ein staatschef wäre wie bundeskanzler oder so von deutschland würde ich den auch nicht nach deutschland lassen weil die beziehung zu den usa sind einfach zu wichtig sag ich jetzt mal was sind daran wichtig naja der weltmarkt hängt davon ab sag ich jetzt mal es gibt immer nur merkt aber trotzdem sind sie scheiße das habe ich mittlerweile auch ausgefunden die usa scheiße musst du das mal geben die erpressen uns dass wir den oder naja wenn wir ihn zu uns nehmen dann gibt es übelst stress weißt du ja das ist erpressung das haben wir nicht direkt gesagt ja das sagen sie nie direkt ja das stimmt auch wieder nicht weiß deswegen sag ich es ja so zweite netapumpe steht ich warte vielleicht noch bis das ding runter gefahren ist aber jetzt gar kein strom mehr ja gleich wieder ich brauche es war scheiße die dinger fahren gerade runter diese diese schlöche um die lava zu pumpen was braucht ein bisschen kurze time danach haben wir wieder strom aber es dauert heute quats 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 dauerts ok ich bin gespannt wie das jetzt hier wird ja auf jeden fall ich kann ja dazu so viel sagen wie bester man und ich bin ja da so das ist wieder wo ich mir sah wo ich meinen kopf was und sage immer die samis ich finde eigentlich amerika ganz geil muss ich zugehen aber die sachen die sie machen sind scheiße ja das stimmt ja das ist doch irgendwie scheiße für beide seien jetzt die machen es alles raus das ist also man hätte sich so so oder so denken denken können dass das die amnusen uns abhören das ist bei amerika immer so die machen es einfach weil sie es können das ist immer so ja theoretisch schon ist einfach immer so die machen es einfach und sagen einfach wo wir es können ich kurz das so an gut meine internetverbindung geht über proxys in japan und russland mittlerweile seitdem ich das gehört habe aber es geht ja ums prinzip es ist echt so ich habe meine proxys auf japan und russland eingestellt scheiß drauf ich und meine proxys äh ja dinge ja genau jetzt habe ich das komm schon vor allem mal schneller runter meine folge vergessen hast du ja toll mhm gedächtnis wie ein sieb junge wir dürfen nicht mal so spät aufnehmen das ist nicht gut für dich ja ich glaube auch ich glaube auch so wo er denn schon steht vielleicht fällt es mir gleich nochmal ein ich glaube nicht doch doch nein einfach nein oh und der jetzt Lava kam da gerade Lava raus Tatsache macht der auch was hier wohl nicht so richtig pumpen müssen auch schneller werden hier naja aber die Lava läuft schon mal wieder ok so kann ich hier weiter schalten oder macht das Windows Media Player nicht doch merke ich hier kommt Strom an ist so ne ja einfach weil wie es kann wie es können genau aber die Wache um die Überwachung um das Reapailland ist ja auch drastisch einfach drastisch genau oh oh I hate the data because it lags so waaah 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 ich runterfallen so dann können wir ja theoretisch unsere Produktion wieder mal ankurbeln aber erstmal rotary mäß üheardr trru youtube auf fucking wie läuft die jetzt noch dass läuft jetzt alles wieder Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das Ding läuft oder nicht Unten kommt Strom an bei dir Ah, jetzt hört das Ding gut, dann mach ich's mal aus Äh, jetzt kommt Strom an Ja, unten kommt Strom an Ja, geile Scheiße, Junge Wie geil Dann können wir den auch wieder anschalten Den Rotary Macerator Damit wir wieder ein bisschen schneller was machen können So, der hat Daktion vorne Das hat nicht gelitten, er läuft noch Also ich muss aber noch ein paar Rotary Macerators machen Drei Stück ganz genau Äh, oder Ich bin mir ja nicht sicher, ob man Mit einem Rotary Macerator mehrere Aktionen In dem System machen kann, ich fürchte aber nicht Ne, deswegen Machen wir lieber Etwas anderes Etwas anderes Brauch ich auch cold hast für Rotary Macerator, Normal Macerator Und ein Advanced Machine Block Refund Iron Na ja Tatamaya, Tatamaya Müssen wir mal schauen Äh, Carbon Plates Und die ganze Crab hier Die ganze Crab Äh, wie macht man den hier nochmal? Achso Da können wir erstmal Copper Ore Und Iron Ore Und Tin Ore Einmal durchschmelzen hier Wenn der Rotary Macerator Mal hochgehen würde Langsam Das hört die Scheiße, wenn man irgendwas ausgeschaltet lässt Wie viel Strom bekommen wir denn gerade? Ich weiß es nicht Ich habe keine Ahnung Geht nach da hinten Ne, nach Hier oben geht gerade Nichts Bekommt der hier hinten was? Ne, auch nicht Äh Geht denn der Strom gerade hin? Und wo ist das Skelett vor allen Dingen? Hier unten Bei dir Was macht denn das hier? Jetzt nicht mehr Kommt wohl durch oben rein Schätze ich mal So Nehme ich an Wo geht denn der fucking Strom hin? Lars Dieter Na Naja Ein Mysterium Ein mysteriöses Mysterium So Machen wir erstmal hier die Kabel weg Die Stirn Meine Aura Komm Lars Du schaffst das Wo hast du das Gloss denn reingetan? In Was? Nein Ich habe es dir aus der Kiste geglaubt Achso Okay Ach hier sind auch noch 50 Klaassen Ja Anderen Denken So Rotary Messerator Waved Iron 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 Hast du nicht mehr Hab ich nicht mehr Skandal Weißt du nicht Nenn ich mein Eisen Allgemein hast du nicht mehr Ich habe auch kein nichts mehr zu essen Diese Karotten sind so scheiße Wir brauchen dringend was Hast du mittlerweile mal in eine Farbe hingelegt? Ja schon lange Schon seit Äh Den Folgen Wo du nur alleine mit Rind aufgenommen hast Achja Das hast du was Ich habe dir das eigentlich ohne Hunger geschafft Frage ich mich jetzt Ja wir hatten Karotten Aber die sind halt scheiße Wir haben nur Karotten und Weizen Ich denke du hast Tiere gemacht Habt ihr die geschlachtet? Ey Wenn ihr die geschlachtet habt Hast du Tiere geholt oder nicht? Ja geholt habe ich welche Aber wenn ihr die geschlachtet habt Dann kriegt ihr Hier einen Aufbau Ihr habt gar nichts gemacht man Alter wie viele Eier hier liegen Alter Wo hast du denn die Tiere hinverfragt? Die sind die hier gar nicht Hier hinten Hä? Wo? Da wo ich gerade rüber schwebe Ich sehe es nicht Würdest du mich verarschen? Hier Ach da hinten Das kommt immer wenn du hochkriegst Oh da ist ein Creeper drin Also gut erkannt Ja schick schick Äh Schweine Mach mal aber demnächst Aufbau automatisch Wie groß sind die Käfige? Was für Käfige? Ne die du gebaut hast Keine Ahnung Das sind alle Keine Ahnung Müssen wir dann 5 für 5 machen Dann mache ich da was schickes So Auf jeden Fall brauche ich Eisen Habe ich noch bei mir Eisen? Ja wir haben jede Menge Eisen Das muss ja erstmal geschmolzen werden Eisen Ich brauche dich Lass mich nicht entstich Ich habe kein Eisen Warum habe ich kein Eisen? Ich habe kein Eisen Ihr habt mir auch alle Diamanten geklaut Ja aber wir haben ja wieder neue Diamanten bekommen 55 Stück Das ist doch gut man Ich habe da nichts gesagt Doch was du? Das kotzt mich an Das kotzt mich an Das ist erstmal ein Snickers Alter Erstmal ein Snickers Ist klar Warum machst du eigentlich nicht zuerst Eisen? Was? Ich habe da gerade Achso Ich muss ja nur erstmal irgendwie wieder Einen Fuß auf den Boden bekommen Weil ich keinen Strom hatte Weil ich keinen Strom habe Bin ja auch kein Mensch Schisse Aber wir haben schon wieder 600.000 DU Und hier nochmal 156.000 Also es geht schon wieder vorwärts So Ich brauche Eisen Aber ich muss gerade mal was trinken Das ist doch immer Eisen Jubidubidubidubidubi Mücken sind echt scheiße Alter Ich habe irgendwie so einen kratzigen Hals gerade Das geht gar nicht Das geht gar nicht Wann machst du es denn hier mit diesem scheiß Eisenmann? Ich brauche Eisen Wenn man keine Ahnung hat Junge Einfach mal Fresse halten Warum? Ich brauche Eisen Ja ich mache es doch gerade Ja ich mache es gerade auch Ich mache es gerade im Ofen Hörnens Was? Hier guck hin Da drüben Ich mache es doch gerade im Ofen Ach In dem Ofen oder was? Danke Ich habe hier erstmal einen Stack genommen Alter ich brauche auch noch was Hallo Du kriegst es doch gleich Du kriegst es doch gleich mal Ne Das ist meine Hütte hier unten Was machst du überhaupt hier? Ich habe keine Rohstoffe mehr wegen euch hier Ist mir egal Ist doch kein Grund hier zu klauen man Natürlich Kann ja jeder sagen So Was ist das? 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 Generator? So Jetzt haben wir das so ordentlich hier Wenigstens mal eins So ordentlich So jetzt haben wir schon wieder ein bisschen Eisen Was hast du überhaupt man? Benimm dich nicht so mit Bitschaft FV Transformer Kupfer Aber wir müssen das sowieso nochmal schmelzen Weil wir hier Refind Iron brauchen Ich brauche demnächst noch einen zweiten Induction für einen Zen Demnächst Der kommt hier rein Boah ich freue mich dass wir wieder Strom haben Mann Scheiß das ist geil Oh ein kleines Kind Wieso ist das hier eigentlich offen? Das geht ja mal gar nicht Muss alles schick sein Muss alles schniche sein Oh ein kleines Kind Was ist jetzt los? Was ist da los? Ich bin fertig Hier waren eben irgendwie die Dinger am Ragen Na komm schon Döp 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 Refined Iron Zack So Tin brauchen wir ja auch noch Scheiße Ach Mendo Hast du Kupfer noch mitgenommen? Was laberst du eigentlich dass wir keine Energie mehr haben? Ich habe noch 10 Millionen Ja du Aber da habe ich ja keinen Rückfluss Aber den werde ich demnächst mal einbauen müssen Ja ich glaube das wird nichts Doch es wird was Wenn ich die Verbindung habe finde ich Du weißt gar nicht wo die Verbindung lang geht Mann Elektriker store da rangeht Naja ich kann auch einfach den MFSU Ich kann auch einfach den MFSU abbauen Also so ist das nicht Das ist ja aber schwaß Nein die ganze Energie verloren Das ist ja total schwaß Warum ich will ja das die ganze Energie Also wenn Du meine Energie willst Dann lieber keine Energie hier Verstehst du? Mach einfach keinen Machtkampf Du weißt dass ich eh stärker bin Ach Quatsch I own the server I own the Was hast du denn hier gebaut? Warum ich? Scheiße Ja immer du Was habe ich denn gebaut? Anstatt dass mir denn einfach mal gesagen Nen riesigen Erdpenis Nein Doch Was würde denn Habe ich noch Erde? Habe ich noch Erde? Erde? Erde Erde Jetzt habe ich das so geschmolzen Idiot Füjujung Füjujung Was? Was soll los? Ich such gerade Erde Was soll los? Damit ich den riesigen Erdpenis Vor die Denen setzen kann Nein du sitzt da kein Erdpenis in Doch ich sitze da jetzt in Erdpenis Du lässt das Ich lasse das nicht Doch Nein Doch Der ist doch schön Genau wie deiner Geht auch aus dem Weg Nein Willst du eigentlich wissen Okay no what I mean Ah Ah Woher willst du das eigentlich wissen? Was? Wie meine aussieht Deine Pflanze Ja meine Pflanze Ich mutmaße nur Lattern Ist so Kann das scheiß hier nicht Kann das scheiß hier nicht mal schneller schwelzen? Guck mal machen wir hier schon mal ne Rückführung Was eigentlich totaler Schwachsinn war Wenn ich es mir so rüberlege Oh egal Scheiß drauf Wenn du übrigens so schwarze flimmernde Chunks siehst Dann sag mir bitte sofort Bescheid Was für Dinger? Als wenn du so schwarze flimmernde Chunks siehst Irgendwann mal Was soll das denn heißen? Ja das heißt dass die Black Coaches demnächst die Welt zerlegt Oh geil Also dann 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 Musst du mir Bescheid sagen Auf jeden Fall Ne weißt du ich möchte gerne dass die Welt zerstört wird Ich sag ja nur die Anzeichen Die Symptome Die auftreten können So ich rüber mal hier um Das kann für Iron hier reingepackt Ja hab ich Ich leg auch grad mal alles andere ins System zurück Was wir grad nicht brauchen Denn das können wir dann direkt aus dem System verarbeiten Theoretisch So Machst du bitte dein Handy aus? Mein Handy ist gar nicht in der Nähe Ich hör's trotzdem ganz leise Ich lieg auf dem Bett Ja Auf dem Bett Hört man das auch? Das Bett ist 7 Meter weiter weg Ist so Ich hör's ja nur ganz leise Aber ich hör's trotzdem Ich kann's nicht weiter wegpacken gerade Es tut mir echt leid Doch Also Kannst du Nein Kannst du es ausmachen? Ich kann's in der Pause Wegpacken Ja Wir sind ja nicht in der Schule Mann Der Pack ist garantiert nicht in der Pause weg Ist irgendwie gleich zweideutig kann das sein? Keine Ahnung Kommt drauf hin was du meinst Wegpacken In der Pause Keine Ahnung was du meinst Ist eigentlich nur so zweideutig Tin Das Alter Dein Handy macht mich gerade nervös It makes me nervous Es kann eigentlich mein Handy gar nicht sein Weil ich gerade keine Nachricht oder so gekriegt hab Ja das ist trotzdem so man Und das Dings Das Dings Nur wenn ich eine Nachricht kriege Ist so Ist so Wie muss ich denn das anordnen? Nee wie waren das nochmal? Äh Dingens Ah genau So war das So wo ist denn hier der Compressor? Hier ist der Compressor Singularity Compressor Hätte ich mir auch nochmal bauen können Naja So dies darfst Die Kleinigkeiten des Lebens Ach Quatsch Völlig deplatziert Ich will jetzt mal gucken wie viele Juni Meter wir haben Nee Oder will ich das? Ich weiß es gar nicht Ich glaube ja nicht Ach Quatsch Das wird schon reichen So Sagst du jetzt? Ist so Ist echt so Wir haben 28 Minuten schon wieder übrigens Ist mir gerade so aufgefallen Scheiße Echt? Ja ist so Ist voll krass Hast du nicht eben noch gesagt 6 Minuten haben wir Ja ist echt so Komisch komisch Stretch Gut dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei TickTown Joa Ja Bis dann macht's gut Auf Wiedersehen Tschüss